Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der Freitag, 11. Mai 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 371 und ich habe euch heute die folgenden Themen mitgebracht. Google Shopping, Johnny Ive, Apple Kritikkarte, Standortdaten, Wolf, iMessage, Cortana Cloud und Pokémon Go. Wir beginnen mit Amazon, denn die steigen bei Google Shopping aus. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr irgendwas ergoogelt, ein Gadget oder ein Produkt, ein Esswaren oder sonst was, dann bekommt ihr teilweise obendran drei, vier Produkte eingeblendet, wo ihr das kaufen könnt. Das Ganze lässt sich Google natürlich bezahlen und da war bis vor kurzem auch Amazon drin, ist jetzt nichts mehr. Wahrscheinlich ein großes, ja, wie soll ich sagen, Machtkampf zwischen Amazon und Google, wie es immer wieder gibt mit den ganzen Plattformen, mit YouTube und so weiter. Wir berichten ja regelmässig von solchen Geschichten, auch im News-Podcast vom Geek Talk. Und ja, mal schauen, ob sie wieder reinkommen und was da der Schritt ist, weshalb sie das getan haben. Das werden wir wahrscheinlich nicht erfahren, aber man wird sicherlich gewisse Auswirkungen sehen. Was natürlich positiv ist für all die anderen Shops. Wenn ich euch wäre und einen Online-Shop habt, solltet ihr jetzt Anzeige schalten, denn schneller geht ihr nicht vor Amazon, als jetzt, wo Amazon nicht drin ist. Johnny Ive, der Designer hinter Apple, oder einer der Designer, oder der Größe der Designer hinter Apple, hat in einem Interview bekannt gegeben, dass die Apple Watch nach Steve Jobs' Ableben stattgefunden hat. Das heisst, die ersten Gespräche, das war das erste Produkt, was quasi nach seinem Tod erst angegangen wurde und über zwei oder, glaube ich, sogar drei Jahre lang entwickelt und vorbereitet wurde, bis man den ersten, ja, Schuss gewagt hat und nach außen gegangen ist. Eigentlich im Apple-Leben ein bisschen kurz, weil sonst iPhone und iPad hatten, glaube ich, jeweils fünf, sechs, sieben oder acht Jahre sogar teilweise Vorlauf, wenn man es ganz genau nimmt. Bei Apple bleiben wir noch kurz und gehen zu den News in den Staaten. Da soll laut Brancheninsider Apple an einer eigenen Kreditkarte arbeiten. Nicht Apple selber, sondern in Zusammenarbeit mit der Bank Goldman Sachs wollen sie eine eigene Kreditkarte mit dem Apple Pay Brand rausbringen und gleichzeitig Kunden auch erleichterte Kredite anbieten für die Anschaffung von Apple-Hardware. Grundsätzlich wird sich dadurch nicht allzu viel ändern, aber natürlich viel mehr Möglichkeiten geben in der Richtung. Und Apple natürlich wieder mal ein bisschen mehr, ja, Kunden, denke ich doch, der eine oder andere. Gehen wir weiter in den App Store. Da geht Apple-Hardware ganz, ganz stark gegen Apps, was heisst aktuell, schon seit Anfang Jahr, ziemlich vermehrt gegen Apps vor, die sich nicht an Entwicklerrichtlinien halten. Und wir werden wahrscheinlich in der nächsten Zeit einiges hören von erbosten, ja, App-Entwicklern, die deren App aus dem Store gelöscht wurden. Aktuell geht es genau darum, um Apps, die Standortdaten ohne die Zustimmung der Nutzer an Dritte weitergeben. Unglaublich wichtig, dass Apple das angeht. Apple ist ja der Datenschutz hoch und somit, ja, kein Wunder, dass sie das tun. Das andere ist natürlich mit der DSGVO, die ab dem 25. in diesem Monat eintritt. Ja, da wird sich einiges ändern und da könnte es auch dann die eine oder andere Klage geben. Und bei Apple könnte es wehtun, was das anbelangt. Wenn man Spiele über Steam spielen möchte, dann gab es Möglichkeiten, das auf ein iOS respektive auf ein tvOS zu bekommen, also auf die Apple TV. Jetzt gibt es eine offizielle App von Valve, mit der ihr ganz einfach eure Spiele auf die Apple TV bekommt. Wer es ausprobieren möchte und wie das Ganze funktioniert, Link bei uns auf daily.geektalk.ch in den Shownotes. In dieser Woche ist ja aktuell noch am Laufen, oder war sie am Laufen, besser gesagt, die Build 2018. Das ist die microsoftische Version von ihrer Entwicklermesse wie Google I.O. oder Apple, WWDC etc. Und da haben sie unter anderem eine Möglichkeit gezeigt mit der Your Phone App. Damit lassen sich einfach und simpel quasi das Smartphone auf den Desktop bringen. Auf der Android Basis geht das ganz einfach. Logischerweise an Bilder zugreifen, auf die ganzen Daten sonst zugreifen und natürlich auch auf die SMSen. Bei iMessage auf der iPhone, also auf der iOS Seite möchte oder geht das eigentlich auch mit den Fotos. Was aber natürlich nicht geht, ist das Zugreifen auf iMessage. Denn die sind natürlich gekoppelt an das eigene Phone, verschlüsselt etc. Und da hat Microsoft logischerweise Bereitschaft angefordert, dass sie mit Apple zusammenarbeiten würden. Und erste Rückmeldungen aus den Seiten Apple haben da gesagt, das gibt es nicht, weil das Ganze ist ein Kundenbindungsinstrument logischerweise. Ich würde mich ja generell freuen, wenn es iMessage für Android und auch für Windows geben würden. Das wäre toll. Aber ja, mal schauen. Vielleicht passiert das irgendwann. Microsoft hat ja im Zusammenhang mit den Harman und Cardon, wenn ich es richtig ausspreche, einen Lautsprecher ausgebrachten Smarten, mit dem man Cortana quasi wie die, ich spreche es nicht aus, von Amazon oder Siri und Co. auf den Tisch bekommt oder in die Wohnung bekommt. Und anscheinend gäbe es seit Anfang Jahr die Möglichkeit, über Qualcomm-Prozessoren das Ganze auch in weitere solche Assistenten zu bringen. Also Microsoft ist da offen für Drittentwickler. Aktuell springt da keiner auf. Deshalb hat Microsoft beschlossen, selber Hand anzulegen und einen eigenen, selbst gebrandeten Speaker auf den Markt zu bringen. Auf den freue ich mich schon und den werde ich mir auf jeden Fall genauer anschauen. Denn ich nutze Cortana auf meinem Windows 10 doch immer wieder. Dann noch zwei kleine News. Das eine ist Cloud. Cloud, nicht geklaut, also was gestohlen, sondern K-L-O-U-T, ist eine Plattform, auf der man sein Social Rank hat einsehen können. Also nicht den, wie man ihn in China erstellt, sondern einfach eine Zusammenfassung von dem, was ihr auf Twitter, Facebook, LinkedIn und an ganzen anderen Plattformen so treibt. Und je nachdem, wie aktiv ihr seid, wie viel Follower, wie viele Conversion Rate, wie das Ganze ist, da gab es so eine kleine Mischmaschrechnung und dann hat man eine Zahl bekommen. Und darauf basieren viele, viele Influencer etc. Datenbanken. Und ja, Cloud hat jetzt bekannt gegeben, dass sie per 25. Mai 2018, welch wunderschön, komisches Datum, im Dienst aufgeben werden. Wenn da nicht die DSGVO dahinter steckt. Oder eben, ja, Cloud funktionierte schon länger nicht mehr richtig und wurde von vielen in dem Sinn missbraucht. Also von dem her nicht schade und ich bin schon gespannt, wenn der nächste solche ähnliche Dienst kommen wird, weil das braucht man ja, Influencer-Bewertung etc. Noch eine kleine Neuigkeit zu Pokémon Go und dieses Mal nicht zum Spiel und so weiter, sondern um das dahinter. Die Macher dahinter, Niantic, haben bekannt gegeben, dass sie eine AR-Karte der Welt generieren möchten. Das ist natürlich ganz einfach, denn sie haben Millionen von Spielern, die täglich, tagtäglich, stündlich und, ja, allzweitäglich, wöchentlich, wie auch immer, die, ja, Umgebung erkunden. Und damit könnte man natürlich das Ganze umsetzen. Wie genau das Ganze funktionieren wird, wie die Daten übertragen werden, nur im WLAN, auch über 3G etc., 4G, dazu gibt es noch keine Neuigkeiten. Ich bin ja echt mal gespannt, wie sie das auf die Beine stellen werden und vor allem, wie schnell das dann auch funktioniert. Und noch mehr, wer das überhaupt brauchen will, mag. Wir dürfen gespannt sein. Das waren die Neuigkeiten, die ich für euch hatte. Heute ist Freitag, das heisst, es geht ins Wochenende an alle Männer da draussen. Denkt dran, am Sonntag ist Muttertag. Und an die Frauen, die zuhören, die schon Mütter sind, natürlich euch vom ganzen Daily-Team und auch vom Geek-Talk-Team generell einen wunderschönen und erfolgreichen, geniesserischen und entspannten Muttertag. Euer Pogipsi. Nächste Woche ist der Achim wieder für euch da. Tschüss. Hört mehr Geek-Talk. Hört mehr Geek-Talk.